Work-Life-Balance – betriebliches Gesundheitsmanagement Professionelles Coaching für Firmenmitarbeiter aus den Bereichen Atmung, Entspannung, Partnerübungen bis hin zur Selbstverteidigung. Dao-Yoga Den eigenen Atemrhythmus finden Erfrischend und vitalisierend Dehnt und lässt uns auf natürliche Weise geschmeidig und flexibel werden. Qigong Den Fokus auf innere Abläufe richten Festen Stand finden Stress reduzieren Für mehr Wohlbefinden in der Arbeitswelt Soft Kung Fu Entschwung kommen mit dynamischen Bewegungsabläufen bis hin zur Selbstverteidigung Auswirkungen von Spannungen greifbar machen Drucksituationen frühzeitig spüren Lösungsansätze finden und kreativ handeln Stärkt Selbstvertrauen Baut Kondition auf Tai Chi Meditation in Bewegung Kraftvoll und entspannt zugleich Als ausgebildete Lehrer mit jahrelanger Erfahrung in eigener Schule ermöglichen wir Ihnen eine ganzheitliche Sicht auf alle Themen der traditionellen chinesischen Bewegungskünste. Unser Übungsprogramm ist darauf ausgelegt, jenseits des Erklärens Lösungsansätze zu erkennen, zu erleben und für sich nutzbar zu machen. Work-Life-Balance Betriebliches Gesundheitsmanagement Für mehr Präsenz und Energie im Arbeitsleben Untertitelung des ZDFé lunches Untertitelung des ZDF, 2020